Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Season und für mich auch bei einer weiteren wundervollen Aufnahmesession und heute werden wir mal ein bisschen weitermachen. Ich werde mir jetzt ein Schild zum Anfang machen, nur ich weiß nicht wie das geht. Nee, ich weiß. So, das ist da hin. Das ist da hin. Perfekt. So, das ist mein Schild. So. Okay, das sieht jetzt ganz gut aus. Ähm, was? Dann mache ich mal... Ah, fuck. Da wohl eine Schaufel. Naja, probiert man jetzt schon eine Schaufel? Eisen. Da würde ich dann... Dann mache ich lieber noch ein Schwert. Ähm, und den Rest behalte ich dann erstmal. So. Oh, fuck you, meine Nase. Ähm. So, dann packe ich das dann erstmal hier rein. So. So, es sieht da schön aus. Endlich ein Eisenschwert zu haben. Ähm. Ja, die vier Eisen packen wir dann hier rein. Da haben wir dann noch acht Eisen daraus. Könnten wir dann nochmal eine Postplatte machen. Aber ich würde dann erstmal rausgehen. Ähm. Ich brauche jetzt mal einen ordentlichen Platz, wo wir uns, äh, wo wir uns aufbauen können. Ich könnte mir natürlich sehr gut hier da hinten, hier an diesem See vorstellen, dass wir uns hier in diesem Bereich schön niederlassen. Das wäre für mich... Ja, aber das können wir alles machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich muss nur erstmal jetzt hier... Das hier wegfegen. Dann mache ich hier so meinen Platz hin. So, da gehe ich jetzt erstmal wieder kurz zurück. Wenn ich wüsste, wo das noch ist, ey. Hier. Ich warte... Wir brauchten auch mal ein Bett. Ich glaube, ich chill, ähm... Ged mir mal... Lass mir mal Wolle geben. Quimodern gibt es ja nicht. So. Wohl... Ne. Ich will ein grünes Bett, ich will drei grüne Wolle. So. Okay, da können wir dann eben auch erstmal schlafen. Zack. Das stellen wir hier hin. Und dann... Dann können wir... Warum tue ich das? Ich lass das jetzt einfach erstmal hier. Dann könnten wir... Ich bräuchte mal eine bessere Axt. Alles anstrengend hier. Zack. Dann fahre ich jetzt erstmal das Holz dort weg. Und... Okay. Gut. Das würde ich jetzt hier erstmal... Schade, wir haben nicht mehr so viel Erde. Hier erstmal zumachen. Dazu brauche... Jetzt habe ich wieder keine Schaufel. Ich merke schon, ich habe saulange kein Minecraft mehr gespielt. Und dass das sehr kacke ist. so sieben Erde. Reicht das? Nein. Schade. Hm. So, das muss jetzt reichen. Ja. So, dann muss ich den Baum weg machen. Wir brauchen nämlich hier jede Menge Platz. Obwohl ich kann... Ich mache mir jetzt einfach eine fucking Schaufel. So langsam kotzt es mich an. Wir brauchen die dann eh irgendwann. So. So. Ein Stick. Dann... Ach nee. Ich brauche zwei Sticks und einen Stein. So rum war das. Naja. Da habe ich wenigstens erstmal... Hauptsache eine Schaufel. So. Dann hat man jetzt hier das Holz weg. Hier sind Säblinge. Sollten wir dann irgendwo hier immer wieder anpflanzen, damit wir immer wieder Bäume haben nicht so irgendwann so weit laufen müssen. Ich will nämlich ein schönes Strandhäuschen. Und ähm... Das passt dann auch hier so schön hin. Hier der ganz kleine Strand. Wir können auch zur Not noch dahinter, weil da... ... alles so theoretisch ist. An Sand. Mh... So. Das würde ich hier auch noch wegmachen. Den... Den Baum danach auch noch. Zack. So. Und das geht... Der Rest geht ja dann von alleine weg. Ich sammle dann bloß die Setzlinge ein. So. Und das geht... Ich könnte ja euch erstmal erzählen, was so mein Plan ist. Also... Erstmal ein Haus bauen. Dann... Dann... Ähm... Seeds farmen. Und ein Guard machen. Und das alles dann so weiter. Ähm... you... Und dann... halt mal sehen. Was ich so bauen kann. Das ist happening. Ich denke, das soll so passen, ungefähr. Ja, das kann gar nicht mit zu den... Ach komm, dann mach ich den jetzt eben auch noch weg. Jetzt auch nicht so tragisch. Wir bräuchten eine Schere. Stimmt, eine Schere. Obwohl, bis wir da sind, ist es wahrscheinlich wieder weg. Ich habe hier einen Huhn gehört, das kann ich mir mal mitnehmen. Ja, so, das sollte jetzt erstmal ein bisschen reichen, zumindest. Ähm... Das wäre hier wieder auch noch. Die soll auch noch weg hier. Ja, so soll passen. So passt das. Ähm... Aber jetzt bin ich hier... Das ist jetzt so... Unser Grundstück, das Ganze hier. So... Und das bis... Bis hier... Naja... Bis hier hin. Ab hier. So, bis hier hin. Von da... Von hier... Bis nach... Naja... Hier. So. Ich mach mal hier überall eine Fackel hin. Oder am besten eine Rose. Dann müssen die jetzt erstmal hier alle weg. So. Und die stelle ich hier hin. Also bis auf diese Reihe. So. Und das... Ähm... Ist dann so... Unser Grundbau des Hauses. Und... Äh... Ja. Naja. Okay. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich schon theoretisch anfangen zu bauen. Wir haben... Ganz viel Holz geformt. Ähm... Ein bisschen... Warmer... Erstmal... Wann mit der Schminst Ages? Wann? Ja, ich hoffe... Wann. Vielen Dank.